Sie noch nicht jonglieren können, für diejenigen, die jetzt nicht die Hand gehoben haben, behaupte ich trotzdem, Sie alle sind Jongleure. Das zeige ich auch gerne nochmal im Bild. Sie sehen jetzt die drei Bälle. Und alle, wie Sie da sitzen, haben Sie das hier. Sie haben Aufgaben, Termine, Prioritäten. Wenn Sie, ich weiß nicht, Regionaldirektor oder was auch immer es ist, oder Führung, auf jeden Fall Chef sind, oder einen haben, ist klar, wo der steht. Oben, der übt vielleicht Druck aus, weiß ich nicht, kann sein. Sie können aber auch das hier nochmal sehen. Sie haben Handy, Sie haben E-Mail, Sie haben das hier. Sie haben alle Hände voll zu tun. So sieht das aus, wenn Jongleure alle Hände voll zu tun hat. Und deswegen ist meine Botschaft seit ungefähr 20 Jahren. Danke. Und ich höre mich den Satz sagen, sind Sie sicher, dass Sie beide Gründerhäften dabei haben? War aber schon rausgehört. Kriegst du ganz selten. Zwei-Bein, Drei-Bein, Vier-Bein. Das Vier-Bein will das? Einbein. Das wird auch noch logisch. Eben haben Sie nichts verstanden. Einbein. Dann nimmt das Zwei-Bein, das Drei-Bein, wirft es nach dem Vier-Bein. Zum Schluss nochmal alle zusammen. Ein Zwei-Bein sitzt auf einem? Einbein. Und ist ein? Einbein. Kommt ein? Jede-Bein. Will das? Einbein. Dann nimmt das? Zwei-Bein. Das? Jede-Bein. Und wirft es nach dem? Jede-Bein. Na, Glückwunsch zu beiden Gehirnhälften. Super. Ja. Sogar das Licht ausmachen. Und Sie werden sich das ein oder andere noch mal Revue passieren lassen. Entweder von den Workshops von gestern oder von dem, was ich gesagt habe. Oder alles, was heute vorher schon getan wurde. Und wir können das Licht komplett ausmachen. Und wir hören, wenn es gut läuft, Musik. 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 Und wir hören, wenn es gut läuft, Musik. Ich bin sprachlos. Sie sehen sich sprachlos. Vielen Dank.